Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und nein, ich habe kein Brett vorm Kopf, sondern heute ein Brett dabei. Ja, was machen wir heute? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe visuell was im Kopf, was ich noch nicht gemacht habe, was eine wunderschöne Herbstdekoration wird. Hoffe ich und ich würde sagen, ich zeige erst mal, was ich mitgenommen habe und dann verrate ich euch meine Idee und dann bin ich gespannt, was das heute für Schönes wird. Sonnenhut, Hagebutte, Hypericum, Hortensien, Sedum, Stacheldraht, Strohblumen dunkelrot, Dachwurz, was ich gerade aus dem Garten geklaut habe, ein paar Eicheln, Nägel, Draht und natürlich einen Hammer, um die Nägel zu befestigen. Und bevor wir starten, wenn ihr das Brett gerne aufhängen möchtet, wir haben hier jetzt so eine improvisorische Aufhängung fertig gemacht. Das kann man natürlich auch viel besser, aber das ist für uns gleich ein bisschen einfacher, bevor wir das natürlich vorne bestücken, dass wir es hinten bestücken. Und ja, dieses Brett möchte ich ganz gerne mit diesen Fruchtbeständen dekorieren und da schwirrt mir halt was im Kopf. Ich meine, dass ich das vielleicht auch irgendwo schon mal gesehen habe, so was ähnliches. Und ja, dafür möchte ich ganz gerne diese Nägel auf dem Brett befestigen. Ich möchte so eine Art Rechteck aus Bärenbestände da drauf dekorieren und das stelle ich mir sehr schön vor. Wie ich das mache, klar, ich mache ordentlich Nägel rein, damit die auch schön fest sind, damit ihr ein schönes, gleichmäßiges Rechteck habt. Könnt ihr es natürlich ausmessen. Meins ist nicht ganz gerade. Ich mache das mit einem optischen Auge und die Idee ist, ich mache mal eben noch einen rein und noch eben einen rein. Eben gucken, dass das passt. Ich mag das ja gerne mal so ein bisschen handwerkeln. Dieses Draht werde ich hier einfach drumherum zwirbeln. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dann kann ich dies hier, ich werde nochmal ein paar mehr Nägel reinsetzen, einfach spannen. Und dann hoffe ich, wir können es ja mal einmal zusammen testen, ob es überhaupt geht. Das ist so eine kleine Testgeschichte. Dann werde ich einfach dieses Stacheldraht als Basic da erstmal drunter setzen. Das hält schon ganz gut. Und da kann ich dann diesen kleinen Dachwurz noch zwischen, ja, setzen und diese Fruchtbestände. Also das Dekorieren kommt später. Ich würde sagen, ich werde erstmal meine Handwerkerqualitäten zeigen und eine schöne Basis kreieren. Ich hoffe, mein optisches Auge spielt mit. So, ich habe hier gerade meine eigene Gitarre bespannt. Nein, nicht ganz. Aber das Brett, ich finde, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Also wie gesagt, man kann es richtig ausmessen. Man kann mehr Nägel reinmachen. Ich habe das schon richtig auf Spannung. Und das Witzige ist, ich bin da so gerade mit am Werkeln. Ich weiß, es ist für Weihnachten noch früh. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, es gibt ja diese Lichterketten mit diesem Draht da dran, dass man sowas halt auch auf dem Brett mal bespannt. Vielleicht in Sternform und dann mit diesem Stacheldraht das so ein bisschen auffüllt, damit das halt so ein bisschen durchschimmert. Mal gucken. Vielleicht kommt das dann in einem Monat. Kommt das ungefähr hin? Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist das noch ein bisschen früh. Aber dies funktioniert schon sehr gut, um das halt so aufzufüllen. Ich fülle das einfach so an den Ecken. Und dann hoffe ich, dass ich all diese Sachen so ein bisschen befestigen kann in dem Stacheldraht. Und auch mit dem Dachwurz hoffe ich, dass sie ein bisschen die Feuchtigkeit, also das muss man sich halt draußen vorstellen. Man kann es natürlich auch reinhängen, aber dass sie noch so ein bisschen durchkommen. Und das kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Man kann natürlich auch viel schönere Nägel nehmen. Aber dafür habe ich heute, glaube ich, auch mein Freund, die Heißklebepistole und ein paar Produkte mitgenommen, wo ich ein bisschen pfuschen werde. Ob man das jetzt komplett füllen muss mit Stacheldraht, weiß ich gar nicht. Ich fülle auf jeden Fall eine gute Basic und die Ecken, damit es schön quadratisch oder rechteckig aussieht. Und der Rest kommt dann von selber. Und jetzt kommt das Experiment. Moment, dies hier ist, glaube ich, etwas, was jeder sowohl im Kopf nachmachen kann oder dass das funktioniert. Jetzt kommt es an den Hortensien und an den Rest. Hoffe ich, dass ich das hier einfach so ein bisschen reinspindeln kann und hier und da dazwischen setzen kann. Aber ich muss sagen, das sieht schon ganz gut aus. Ja, diese Hortensien, die haben wir gerade in so einer Nacht- und Nebelaktion einfach mal eben gepflückt bei meinen Eltern. Meine Mutter sagt nur, Marion, was war das? Ach du, nur so ein paar schöne Hortensien. Das hält, glaube ich, schon ganz gut. Man muss vielleicht zwischendurch immer mal den Test machen, schauen, wo ist oben und unten. Aber das hält eigentlich super. Und farblich finde ich das auch sehr schön. Das werde ich natürlich gleich auch noch mit der Sedum machen. Also die Hortensien, die plustern das nachher ein bisschen mehr auf, geben ein bisschen mehr Volumen. Dann möchte ich die Hagebutte da so ein bisschen reinspringen lassen. Man kann natürlich auch kleinere Stückchen nehmen. Und zum Allerletzt werde ich dann einfach diese Eicheln und diese schönen, wunderschönen Strohblumen und Materialien reinkleben. Alles, was auf jeden Fall nicht hält. Also jetzt wird es wirklich, die Heißklebepistole wird wieder auf Vordermann gebracht. Und ich würde sagen, ich teste mein Experiment und wir schauen mal, ob es nachher gelingt. Eben ganz kurz zwischendurch, wenn ihr gut aufgepasst habt, ich weiß gar nicht, ob ihr das im Schnelldurchlauf seht, habt ihr gesehen, dass ich hier und da immer mal wieder dieses Draht drüber gespannt habe. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es ja nachher hängen oder stehen soll. Und das sollte schon, ja, auf jeden Fall gut halten. Und deswegen spanne ich das hier und da ein bisschen rüber. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, weil das so ein Schmuckdraht ist, wenn er ein bisschen sichtbar ist. Aber ich hoffe nachher, wenn ich diese Strohblümchen, na, komm her, eine reicht mir. Hier und da, wenn ich die da noch zwischensetze, es gibt nachher noch so einen farblichen Highlight, dass ich hier und da noch ein bisschen was vertuschen kann. Und auch mit den kleinen Eicheln. Ja, ich bin gerade am überlegen, wir können ja mal eben zusammenschauen, ob wir noch diese Hagebutte mit reinsetzen sollen. Ja doch, die muss da noch ein bisschen mit rein. Ihr wisst ja, dass ich das gerne mag mit diesem Farbspiel. Und wenn dann nachher noch diese mit reinkommen und noch ein bisschen dieses Rötliche, dann wird es wirklich ein richtig cooles Potpourri aus diesen schönen herbstlichen Fruchtbeständen und ein richtig cooler Eyecatcher für vor der Haustür, an der Haustür oder einfach an der Scheune, da wo es hinpasst, auf jeden Fall eine sehr coole Outdoor-Dekoration. So, die letzten Details werden noch reingeklebt. Also ich persönlich finde, dass es wirklich sehr, sehr schön geworden ist. Wirklich auch von den Farben her mit diesem kräftigen Pinkrot, dunklen mit dem Orange, den Sedum und die Ruhepunkte von den Hortensien. Diese kleinen Igel von diesem Sonnenhut und den kleinen Eicheln. Oder man kann Nüsse reinkleben oder kleine Kastanien. Denn, aber das will ich halt zeigen, was man alles aus Fruchtbeständen alles zaubern kann. Also rein theoretisch solltet ihr immer eine Tasche dabei haben, ordentlich sammeln, weil dies ist eine super, super einfache Geschichte. Und natürlich habe ich auch Materialien genommen aus dem Laden. Aber wenn auch ein bisschen mehr Zeit da sein würde, könnte man das theoretisch auch alles sammeln. Und ihr seht, ich hoffe, er hält. Ja, der Sturm kann kommen. Und ich hoffe allerdings nicht, dass der morgen kommt, weil morgen fliege ich nach Wien. Und da werde ich ein schönes Wochenende verbringen. Wir treffen uns immer mit einer Gruppe von Mädels. Da freue ich mich schon total drauf. Und ich weiß, dass viele Österreicher auch zuschauen. Also wenn ihr noch irgendwie tolle Insider-Tipps habt, dann schreibt das gerne in den Kommentaren. Das würde mich freuen. Und natürlich, wie euch das gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich hoffe, das inspiriert, um zu sammeln. Das Wetter soll schön werden. Und einfach mal wieder ein tolles Holzbrett schön fertig zu machen. Euch wünsche ich allen einen wunderschönen Mittwoch. Und ja, wir schauen mal, ob wir noch ein Video für Sonntag drehen. Ciao! Und ja, wir schauen mal, ob wir noch ein Video für Sonntag drehen. Und ja, wir schauen mal, ob wir noch ein Video für Sonntag drehen. Also ich glaube, das wird mein zweites Deko-Teil sein bei uns zu Hause. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, eine tolle Inspiration über den Herbst, klickt einfach hier unten. Und wenn ihr immer tolle Ideen sehen möchtet, Roundabout, Flowers, Lifestyle und Dekoration, dann seid ihr richtig im Channel. Klickt einfach hier oben.